Die Idee zu Beginn war, Klang und Verhalten des Digitalpianos dem akustischen Vorbild so nahe zu bringen, wie das mit heutiger Technologie möglich ist. Die Klangerzeugung der Dexabell-Instrumente nennt sich True to Life, T2L. Auf Deutsch bedeutet das Naturgetreu. Das detaillierte Anpassen des Instrumentes an das persönliche Spielgefühl verbessert das gesamte Spielerlebnis. Verändern des Anschlaggefühles, der Klangkomponenten, virtuelles Wechseln der Klaviermarke. All diese Details helfen dabei, Spielgefühl und Spielfreude zu optimieren. In dieser Videoserie geht es darum, einen tiefen Einblick in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen und in die Schönheit, Kunst und Liebe zum Detail, die dahinter steckt. Mein Name ist Ralf und das ist die Academia Dexabell. Das ist die Einblick in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen und in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen. Das ist die Einblick in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen und in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen und in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen. Das ist die Einblick in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen und 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 in die Technologie dieser Instrumente zu gewinnen.